Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute eine kleine Runde, wieder mal infiziert. So, jetzt kommen wir gleich hier in die Lobby rein. So, was geht's gleich los? Ich hoffe wir spielen Dingsbums und Juggernaut, weil das macht am meisten Spaß. Das ganze Lobby ist auch schon voll. Wir spielen infiziert. Mr. vs. Striker auf der wunderbaren Map Terminal. Das extra blinder Überwacher schützt sie vor Luftunterstützung und Geschützen. Also das muss ich mir auch mal holen. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, Mr. vs. Striker. Ja, die Striker ist eine Shotgun mit einer extrem hohen Durchschlagkraft. Ist perfekt eigentlich für Terminal. Los tun wir es. So, das Virus fällt gleich runter. Es ist gleich einer infiziert. Und der Infizierte, der heißt, der IC Chips ist infiziert. Und der kann nicht weit sein. So, da unten ist er. So, jetzt gehen wir erstmal in das Flugzeug hinein. Mal nach links. Erstmal hier die Lage checken, ob vielleicht der Chips irgendwo ist. Oh. Immer im... Oh. Da wurde ich infiziert. Da wurde ich infiziert. Jetzt bin ich ein Wanderer Zombie. Jetzt nehme ich den Taktikeinstieg. Ist jetzt hier eine kleine Flagge. Mach mich gleich mal los. Ah, da hinten sind die ganzen roten Punkte. Beim Burgershot. Oh. Warte mal. Oh. Mit C4 wurde ich in den Tod gerissen. Der kann nicht weit sein. Aus dem Grund setze ich nochmal einen taktischen Einstieg ein. Und geht zum Burgershotladen. Baff. Und weggeshootet, Alter. Weggeshotgunned. So, taktischer Einstieg nochmal einsetzen. Und jetzt versuchen wir es gleich nochmal. Baff. Oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er sich da hinten versteckt. Guter Schuss. Wobei das kein Schuss war. Ah, jetzt verstehe ich wo der ist. Baff. Leider eine Runde zu spät. Auf jeden Fall weise ich jetzt seine Position. Das ist immer gut. Ich halte einfach die taktische Flagge in meiner Hand hier. Nicht Flagge, sondern eher taktischer Einstieg. So. Ist auch schon tot. Oh. Boah, das war ja richtig gemein hier. Und wir haben doch noch einen Ziel erzielt. 18 zu 0. Perfekt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. See you later, alligator. Ciao.